ja einen wunderschönen guten morgen am montag derby ist zu ende und wir sind endlich mal zweiter platz geworden ich freue mich hier gerade schon mit zaki im chat so dann mal gucken hier das ist ja der wilde bienenkorb ja obwohl die gegner beim dritten platz richtig hohe level waren haben wir es geschafft ja klebeband und markierung ist ja ganz nett bolzen habe ich im moment ziemlich viele und ich habe auch keine lust jetzt zu drehen noch für die ja so ich nehme mal noch ein grünes pferd ein per mit dann nehme ich mal das verschnellerung schiff und klebeband so bitte abholen ja oh sehr schön sehr schön ja also ich fand das stadtderby natürlich super ach so jetzt kann man gar nicht meine aufgaben sehen hätte ich vielleicht erst noch mal zeigen müssen platz 50.245 gut ne das meine ich nicht ne kann ich jetzt hier nicht mehr zeigen aber hier müsste die liste ja noch sein ja ich habe jedenfalls 3797 punkte zweimal hatte ich was für 330 oder so na jedenfalls hätte ich noch warten können da wir da waren nachher noch reichlich 400 gekommen na ja ne haben wir auch alle super mitgemacht und ja nun haben wir hier endlich unseren zweiten silberpokal so ja jetzt machen wir wieder ab 280 achso das hier heißt stadtderby ich meine natürlich das normale derby ok so ich denke mal nicht dass heute noch ein besonderes kommt so speichern und ich werde jetzt gleich wieder die farben tauschen so bei bei schreibe ich hier mal gut ja ich kann ja noch mal gucken was ich hier will irgendwas irgendwas gegossen haben da gut so dann gehe ich hier raus oder sollte ich erstmal mit der kleinen lieber rein kommen ja ich komme gleich erstmal mit der kleinen rein damit ich mich dann wieder zum leiter machen kann gut bis gleich so hier bin ich auf der kleinen farm und erster platz ich habe ja hier nicht mitgemacht so da gratuliere ich doch mal so glückwunsch zum ersten platz ich gehe jetzt zum wilden biegenkorb ich gehe jetzt zum wilden biegenkorb so Und erstmal mache ich hier nochmal auf und zwar ist das der Süßigkeiten-Automat. Achso, dann kann man auch erstmal nur Äpfel machen. Oh, ich habe gar keine Äpfel, wo sind meine Äpfel? So, dann stelle ich doch jetzt mal welche an. So, da kam noch ein doofer Booster. Gut. Ähm, ja, verlassen, bestätigen. Dann müsste ich hier jetzt noch eine Einladung haben, annehmen. Ja. So, dann muss ich gleich wieder tauschen, damit ich mich dann hier zum Leiter mache. Genau. So. Gut. Gut. Dann bis gleich. So, jetzt bin ich wieder auf der großen Farm und werde die kleine Farm befördern. Dummdi 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 dumm, da ist sie. So. So. So, dann verabschiede ich mich hier nochmal. Ja, eventuell werde ich das natürlich nochmal machen, tauschen, ne? Muss ich mal gucken. Kommt ja auch immer auf die Derbys an und was sonst noch so passiert, ne? Gut. Dann gehe ich hier jetzt auf verlassen. Habe ich hier auch noch eine Einladung? Ja. Gut. Okay. So, kann ich hier jetzt die Liste sehen? Ja. Jetzt kann ich hier sogar die Liste euch nochmal zeigen. Das geht nicht immer. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und hier war jetzt ja sensationell Happy Day mit 3908 Punkten. Ja. Und die anderen waren natürlich auch nicht schlecht. Ja. Das ist schon cool. Gut. Ja. Dann schauen wir mal, wie es nächste Woche wird. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Stadtderby. Und habt vielleicht auch einen Pokal bekommen. Gut. Bis bald. Tschüss. 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 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020